Heute am Sonntag machen wir eine Wanderung rund um die Halbinsel Scheid. Von dem erhöht gelegenen Rundweg schauen wir in das Edertal. Bei der Ortschaft Rehbach fällt unser Blick auf die leergefegten Bootsanleder. Die beliebte Fähre fährt hier schon lange nicht mehr. Dort unten Stein und Staub und hier oben entfaltet sich eine Pflanzenwelt, die es vorher nie gab. Schon seit Monaten badet hier niemand mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Rundweg führt uns allmählich in den Bereich der Dorfstelle Altbrinkhausen. Hier zeigen sich Reste einer Welt, die vor rund 100 Jahren noch Heimat und Mittelpunkt für rund 900 Menschen war. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nach einer guten Stunde kehren wir wieder zurück zum Ostufer, wo unser Fahrzeug auf uns wartet.